Willkommen zur Medienkonferenz nach dem Spiel mit den beiden Trainern. Ich begrüsse Alain Geiger und bitte ihn gleich um seinen Kommentar und gratuliere Raphael Wicke und seinem Team zum Sieg. Ich glaube, wir haben die Freude für seine schöne Verkaufung, Raphael auch. Für uns, über den Ballon zu Beginn der Partie, wir wussten, dass Ibe mit viel Rhythm ist. Wir hatten viel Zeit, aber wir haben ein bisschen zu haben, um ein bisschen zu machen. Wir hatten ein bisschen mehr die Ballon, wenn wir unter Druck waren. Wir sind schon mal gekommen, aber es war schwierig für uns. Ich glaube, dass wir eine globale Domination haben. Ich glaube, wir haben nicht gemacht, wir waren auch bei Intermittenten in diesem Spiel. Wir haben vielleicht auch ein Wettbewerb gemacht, aber ich glaube, dass es logisch ist. Wir haben nicht gemacht, dass es ein Wettbewerb gemacht hat. Wir haben die Überlegung des Young-Boys gemacht. Das ist ein bisschen regrettable für uns, dass wir uns nicht mehr so gut sind. Wir haben in den letzten Mal, wir konnten 2-1 sein und versuchen etwas zu sein. Das war 1-2-3, mit den Möglichkeiten für Young-Boys für Young-Boys zu stärken. Heute war es schwierig für uns. Wir haben nicht sehr gut zu spielen, wie beim ersten Ballen. Wir haben einen Ballon in den Fuß, wir gehen von dem anderen Seite, wir haben einen mauvaisen Ausgang des Ballons. Das gibt es eine Möglichkeit für Young-Boys für den ersten Ballon. Es gibt Dinge zu korrigieren. Globalerweise ist es ein Spiel mit einer der meilleeren Team des Champions. Wir haben es geschafft, aber wir lernen. Vielen Dank. Raphael Wicke, wie viele Kommentare? Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich bin natürlich zufrieden mit dem Resultat. Ich bin zufrieden, dass wir 3-0 gewonnen haben. Ich bin aber nicht zufrieden über 90 Minuten mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Es ist auch gut, dass die Spieler nicht hundertprozentig zufrieden sind in der Kabine. Ich glaube, es ist gut, dass wir diese Mentalität haben. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Wir wussten, dass Servet wahrscheinlich relativ kompakt und tief steht. Wir haben phasenweise sehr gute Zwischenräume gefunden und wurden dann mit der Zeit relativ unsauber. Wir haben zu viele technische Fehler gemacht und dadurch auch Servet immer wieder ins Spiel reingebracht und zu gefährlichen Aktionen verholfen, welche dann ein Momentum in einem Spiel ändern können. Von diesen Aktionen waren heute zu viele da. Ungewohnt von uns. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht hundertprozentig zufrieden bin. Aber natürlich gewinnen wir 3-0 und mit dem bin ich sehr zufrieden. Vielen Dank. Bitte Ihre Fragen. S'il vous plaît, Ihre Frage. S'il vous plaît, votre question avec le micro. – Servet s'est mieux comporté après la pause, a eu un peu plus de prestance au milieu, un peu plus de justesse technique peut-être aussi. Le changement un petit peu tactique au milieu, ça a aidé à ça aussi. Et est-ce que ça a existé aussi parce que eBay a peut-être baissé d'un ton aussi en deuxième période ? – Je crois que les meilleures périodes, c'est quand on a pu avancer sur l'adversaire. Malheureusement, on l'a fait par intermittence. Et puis, avec le changement à la mi-temps, on est arrivé, on est resté plus haut. On était collectivement un peu plus déterminés pour aller chercher un peu plus haut eBay. Malgré tout, ce qui nous a manqué aujourd'hui pour avoir une dynamique supplémentaire, c'est un but. Au fait, c'est le but qui aurait donné la force à l'équipe d'être mieux et puis d'y croire. Je pense qu'il y a eu cette domination qui était là. Après, il y a eu la confirmation par les buts. Et puis, au fait, on n'a jamais pu vraiment revenir dans ce match. Alors, il n'y a pas tout qui a jeté. Il y a eu aussi des bonnes choses. Mais je pense que l'équipe ne s'est pas fait assez mal collectivement à tous les postes pour amener un résultat ici de Young Boys. Ce que je veux dire par là, c'est au niveau de l'engagement, je pense qu'on a eu des joueurs qui ont eu une différence un petit peu d'engagement. Mais je veux dire par là, collectivement, je pense que si je dois dire une note, on était peut-être à 7 sur 10. Et puis, il fallait être à 8 et demi sur 10. Il nous a manqué un cran de volonté pour venir chercher quelque chose ici. Et comme on n'a pas su le faire avec le ballon, il a manqué un petit peu d'intensité avec le ballon. Il a manqué aussi d'intensité de vouloir être, de durcir ce match. On n'est pas arrivés, mais le mérite aussi est à Young Boys. C'est une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer. Une prochaine question ? Alain, l'une des leçons que peut-être tu peux tirer, c'est qu'il faut que Servet ait un petit peu plus d'ambition dans le jeu avec ballon et aussi sans ballon, d'avoir un bloc plus haut, d'avoir peut-être plus de maîtrise technique à mi-terrain. Oui, mais si vous regardez la physiognomie du match, sur le début du match, on a un bloc bas. Ce n'est pas avec le ballon que, même quand on était en bloc bas, ce n'est pas là qu'ils ont eu les occasions. Après, on a pris le but quand nous, on avait le ballon, on avait un coup fond sur le côté, qu'on a mal manœuvré. Et puis, on est parti là-bas vers la droite, on a perdu un ballon bête qui a lancé Young Boys. Après, on a senti quand même une fébrilité au niveau de leur pressing. Mais, naturellement, on est toujours... Et puis, c'est le match où on a le plus d'occasion, en fait. Alors, des fois, il y a eu des matchs où il y avait moins d'occasion, on n'a pas pris de but, on a gagné un zéro. Et puis, là, on a eu quelques possibilités vraiment pour faire un meilleur choix devant le but. Ou bien surtout, le garçon qui était à la frappe devant le but de faire mieux. Mais, il n'y a pas à rougir. Je pense que ce match, ici, va nous donner du complément pour continuer dans le championnat. Raffi, une question pour toi. On a l'impression que Ibé, avec l'intensité qu'il met au pressing, à la perte du ballon, sait à quelque part une certitude qu'il va provoquer l'erreur chez l'adversaire. C'est ça, la grande force d'Ibé ? Provoquer l'erreur ? Je pense que c'est une des forces. Je pense que mon équipe, elle a beaucoup de force. J'ai une équipe qui a beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités de foot. Beaucoup de qualités de mètres de l'intensité. C'est une équipe qui a faim. Dès le premier jour, c'est une qualité, qu'on a quand même faim. Et le pressing à la perte de balles, c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on veut, que ça fait partie de notre DNA. Parce que c'est normal que tu perds des ballons. Et c'est plus facile d'essayer de courir 5 ou 10 mètres vers l'avant qu'après, si tu ne le fais pas, tu cours 70 mètres vers l'arrière. Pour ça, il faut toujours être concentré. Pour ça, il faut toujours être bien positionné. Et pour ça, il faut surtout vouloir travailler pour le copain, pour le coéquipier quand on perd le ballon. Et l'équipe aujourd'hui, elle le fait bien, mais on ne peut pas relâcher. On n'a pas le droit de relâcher ni une seconde. Parce qu'on sait que beaucoup d'équipes vont être un petit peu plus bas contre nous, vont essayer de nous prendre sur contre-attaque. Et si tu travailles un petit peu moins, il y aura plus de possibilités pour les adversaires de jouer contre-attaque. Raphaël, vous avez parlé des problèmes de Clash, est-ce que c'est un manque de concentration? Ou est-ce que c'est un autre problème? Et de cette Ronde-Friedade, dont vous avez parlé, des joueurs, était-ce que c'était la pause? Ou est-ce que c'est après un match? Je n'ai pas de raison pour laquelle nous avons 4 ou 5 passes, On n'a pas d'accord, c'est qu'on nous avons mis en place. Et puis on n'a pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi c'est-ce que ça s'est, mais c'est qu'on a des joueurs de l'équipe. Et donc on a toujours à une bonne option à l'emploi. Et cela donne aussi une certaine Voraussion pour les joueurs. Et il y a aussi une certaine vision de plus. Das ist etwas, was wir nicht wollen, was wir nicht erläutern können, weil wir doch relativ häufig den Ball haben. Es war ja nicht über 90 Minuten so. Es gab immer wieder solche Perioden, in denen man plötzlich wieder einen reingestreut hat, was eigentlich normalerweise nicht passieren darf. In einer Halbzeit wurde das angesprochen, klar. Ja, aber es war ja nicht über 90 Minuten. Wir konnten auch sehr, sehr gute Szenen rein. Wir können auch noch mehr Goalschiesse als drei. Aber wenn wir den Anspruch haben, den wir haben, dann dürfen wir nicht zu viele solche Fehler haben. Und das ist schön, dass gewisse Spieler einfach in der Kabine sind und sich natürlich freuen uns über das Resultat. Wir wollen immer gewinnen. Aber die merken auch, dass es zu viele Flüchtigkeitsfehlern war. Raffi, wenn du eine kleine Zwischenbilanz ziehst nach fünf Spielen, wie sieht die aus, dann muss man doch konstatieren, wenn du heute einige Kritik angebracht hast, bist du doch lieber Trainer von IB als von Basel oder Zürich. Das würde ich sagen, ja. Es sind ja ne Spiele für mich eigentlich schon gewesen, mit diesen Europa-League- und Conference-League-Spielen. Wir spielen wirklich sehr oft. Und natürlich bin ich sehr zufrieden, wie die Mannschaft die Vorbereitung gemacht hat. Und nachher die Saison ist gestartet und jetzt spielt. Also von daher bin ich extrem zufrieden, wie die Gruppe miteinander schafft, wie die Gruppe hungrig ist, wie die Gruppe lebt miteinander. Und natürlich bin ich zufrieden mit den Resultaten. Aber in jedem Match, in dem wir gespielt haben, hat es immer wieder Sachen, die man besser machen muss und man kann besser machen. Und das ist auch der Anspruch, die wir an einem Haus haben. Das muss ich nicht blenden lassen, von gewissen Resultaten. Aber natürlich, zufrieden ist, wie es läuft. Aber zufrieden darf nicht zu gross werden. Wenn man zufrieden ist, dann macht man plötzlich weniger. Und das ist etwas, das wir nicht wollen. Und das wir nicht dürfen machen. Aber es ist klar, nach der kurzen Zeit sehr zufrieden. Aber wir haben alle drei Tage einen Match. Das geht so schnell weiter. Raphael, wir wissen, dass heute eine Diskussion zwischen Ibe und Servet über Castriot-Timeri ist. Ist das ein Spieler, der dich interessiert? Was denkst du, in deinem System, in deine Prinzipien? Es ist ein sehr guter Spieler, aber es ist keine Frage, die ich zu répondre. Und deshalb, es muss sich an Stefan Bergen, der Sportler direktor. Aber wenn du sagst, dass du ein sehr guter Spieler, was du denkst? Es ist ein sehr guter Spieler, mit viel Qualität im Fußball. Er hat viele Butte in der letzten Jahre und kann ein Spiel ändern. Er ist ein sehr guter Spieler. Gut. Noch eine letzte, wir müssen nachher noch zu einem Fernseher-Interview. Noch schnell. Ich habe eine Frage für M. Gäger. Wir haben gesehen, seit dem début der Saison Servet hat mal. Er spielt sehr gut, die ersten 30 Minuten, aber heute, malgrat irgendwelche Probleme, er hat viele Fehler gemacht. 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 in den guten Momenten des Spiels zu marfen oder zu gewinnen. Wir sind immer in Gefängnis, und dann wie beim ersten Butten. Es ist das Gleichgewicht, mit dem Ballon zu haben, wenn wir die Möglichkeit haben, zu sein und zu evitieren. Wir gehen über diese drei Dinge. Das ist die Maturität des Spiels, die Maturität des Spiels, und dann sind wir noch in den Rägen. Das sind keine Fehler, wenn wir hierher spielen, mit einem internationalen Team, mit einem Stade vollen, mit dem Monde sind. Das ist immer sehr schön. Ich denke, das ist ein bisschen eine Beste des Regime. Ich denke, es ist auch ein bisschen an diese Carenze, die möglicherweise sein können. Gut, wir müssen hier leider abschliessen. Raphael hat noch ein Fernsehinterview direkt, aber Sie können sicher noch eine Frage stellen. Merci. Merci vielmals. Schönen Abend. Danke. 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 Danke.